Hallo, Simons Haus. Letzter Drehtag hier heute Morgen. Die Stimmung ist bomb. Nein, ganz im Ernst! Geil, liebe! Was machst du? Wir haben schon ein paar Schilder aufgehängt, also Simon. Ja, du kannst echt wieder gehen. Die Kamera steht allein da rum, die Schauspieler sieht gut aus. Ja, klar. Alles klar. 4-1-D-1. Mark. Ich hab voll doof geklappt. Ich hab so eine Idee hier gemacht. Ich hab so etwas geholfen. Ich hab so ein Begegnet. Es war so ein Fisch. Ich hab so ein Begegnet auf den Kopf, also wird es schon ein Begegnet. Ich hab so eine Begegnet. Ich hab so ein Begegnet. In this faulty game And all the words you speak Mean nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need you from my side I need you from my side Cause I need you from my side I'm done, I'm gone So don't run from the truth You're lost, now I know You played me, just like I said I still can't believe You had me on a leash Cutting all my teeth With all the lies you breathe Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need you from my side 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 Lige haben Kompetion, wo sie hier durchguckt, ja? Ja, ja, echt sehen Aber das Kompetion, ja? Nicht berühren Da ich das der Feuerwehr veröffentliche, darf ich nicht sagen, worum es da geht. Aber es ist eine Stunt-Szene und ich habe ein bisschen Angst, dass Laura sich der Letzte was mir jetzt schon nicht passiert. Deswegen haben wir gerade ein bisschen geprobt. Okay, dann muss ich doch mal die Alicia fahren. So, volle Konzentration jetzt bitte. Dann Ton läuft, äh Ton ab. Zehn, vier, die eins. Speed. Don't set. Kameraset. Und bitte. Das ist die Szene von Hamburg. Ah, die Jeans behälst du? Ich ziehe nur das andere T-Shirt und die Superdry an. Meine Superdry ist da unten. Ah, hier. Die machen wir, aber das T-Shirt ist oben. Und ja, T-Shirt ist oben und Jacke ist da unten. Bin ich im Fernsehen? Ich grüße meine Mama, äh meine Oma und wünsche mir von Silindrion. My heart will go on. No, no comprende. Das ist das Einzige, was ich auf Spanisch kann. No comprende. Wie heißt das? Ja, mach's raus. Ja, ja. Ja, mach's raus. Ja. Ja. Ja, mach's raus. Ja. Ja, mach's raus. Ja, wir sind ganz... Vielen Dank. 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 Du hast in Ordnung gesagt, es heißt Ordnung. Ordnung. Wenn du das Thema sagst, hast du mir eingegossen? Oh, hat er wirklich gemacht. Johannes, hast du dich da oben ein bisschen bedient? Ja, also wir haben hier oben unsere Auswahl an unterschiedlichen Schnaps? Und das ist Baileys oder Schnaps? Das ist Baileys mit Karamell, Baileys mit Karamell, Baileys Original. Und wir haben auch Mind Chocolates, das ist ange... Mind Chocolates? Mind Chocolates? Wo am meisten gefilmt wurde, wo am meisten gefilmt wurde und du dir super viel unnötiges Material angucken darfst, weil, nein, weil Sophie die ganze Zeit mit der Kamera rumrennt. Ich hab heute super wenig gefilmt erst. Man sieht aber nicht, also man sieht mich ja gar nicht. Das ist der Beweis. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Aber Sophie ist wenigstens. Weiche von mir Tata. Wie gesagt, wir haben hier noch zwei Szenen, dass ihr auch mit dabei seid. Was? Was ist das ich? Mein Problem. Was ist das? 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 Es ist das, aber Politiker. Das, also, bei Creator. Ich weiß mich, wie bei Blue. Nein, kein68res ist das. Aber hier ist das so. Fisch das, also. Er ist die Welt. Tata. Ich würde mich besonders ernst. Und ich mit. Nein. Ich muss die Ansage machen. Welche Szene ist es? Ton läuft. Szene 10, Tür wird zugemacht von innen. Nur Ton. Nur Ton. Szene 10, Brötchentüte fällt auf den Boden. Nur Ton. Sepp. Und bitte. Direkt nochmal. Nochmal. Dreimal. Bitte nicht lachen. Der war gut. Danke. Entschuldigung. Wir haben uns alle hier versammelt. Weil es vorbei ist, Leute. Ich danke euch alle, dass ihr bei diesem wundervollen Projekt dabei wart. Jedem einzelnen. Es ist jetzt nicht jeder da. Es ist jetzt nicht jeder da. Also ich sag dir die Kamera auch an alle, kommt Fasen. Und die Leute, die im zweiten Block, im ersten Block da waren. Dankeschön, dass ihr diesen Traum mit mir verwickelt habt. Mit Simon und mir. Und ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie der Film auch sehen wird. Das sehen wir als bei der Premiere. Klingt aber scheiße. Und wir können einfach sagen, Drehschluss mit Salomar. Wir haben einfach abgedreht. Abgedreht. Ja. 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 Wir haben sie da unten! Wir haben auch keine Töne mehr! Antina, das ist ja Bullshit! Können wir ja die Tanzen da haben! Dankeschön! Eins, zwei, drei! Prost! 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 Cheers! Cheers!